Hallo ihr Lieben und herzlichst Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich hoffe sehr, dass ihr dieser Folge gerne zuhört, weil ich bin momentan ein wenig erkältet, verschnupft und dadurch ist meine Stimme ein wenig anders. Ich hoffe, dass sie trotzdem halbwegs in Ordnung ist anzuhören, weil ich selbst bin auch so ein stimmaffiner Mensch. Wenn ich irgendwie eine Stimme nicht hören kann, dann kann ich leider auch eine Podcast-Folge nicht anhören, egal wie spannend das Thema ist. Deswegen hoffe ich, dass meine Stimme trotzdem anhörbar ist, denn es ist heute ein wirklich wichtiges Thema oder ein Thema, das mir selbst gerade sehr auf dem Herzen liegt. Warum, werde ich euch gleich noch alles erzählen. Es soll nämlich um das Thema gehen, die Angst vor dem Zunehmen. Und diese Angst vor dem Zunehmen kann einen enormen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten haben. Tatsächlich, das merke ich gerade selbst im eigenen Körper sehr stark. Denn warum mich dieses Thema gerade selbst so beschäftigt, liegt daran, dass ich diese Angst gerade akut in diesem Moment wieder spüre. Also es war mal lange Zeit so, dass ich diese Angst vor dem Zunehmen hatte, das aber gut in den Griff bekommen habe und es jetzt wieder so ist. Ich werde gleich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum das früher so war, warum das jetzt so ist. Aber ja, deswegen liegt mir das Thema gerade so sehr im Herzen. Und ich habe gestern auch schon bei Instagram, dort heißt ich übrigens bastian.neumann, falls ihr mir folgen wollt, dann schaut da gerne rein. Genau, da habe ich gestern schon mal gefragt, ob das ein Thema ist, das auch euch betrifft. Und es war krass, wie viele Leute gesagt haben, ey voll, also das ist ein Ding, das betrifft mich. Und deswegen, ja, für mich ein super Thema. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich auch, dass meine Stimme euch nicht davon abhält, diese Folge anzuhören. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und ich starte jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie diese Angst vor dem Zunehmen mich denn überhaupt in der Vergangenheit betroffen hat. Und wie gesagt, auch jetzt, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, dass es jetzt gerade auch wieder aktuell ein Thema ist. Also fangen wir mal damit an, so ein bisschen zurückzugehen in meiner Geschichte. Wer schon mehrere Folgen auf meinem Podcast angehört hat, der wird die Geschichte wahrscheinlich schon kennen. Aber trotzdem fasse ich sie nochmal ganz kurz und knapp zusammen. Und zwar komme ich ursprünglich aus dem Leistungssport. Ich habe über viele, viele Jahre Judo gemacht und auch schon sehr jung angefangen, auch mit Wettkampfsport. Und wenn man an Wettkämpfen teilnimmt, dann ist es so, dass man beim Judo, ähnlich wie beim Boxen beispielsweise auch, in Gewichtsklassen kämpft. Und demnach wurde ich schon recht früh von meinem Trainer sehr regelmäßig gewogen. Und es bestand schon irgendwo ein bisschen der Anspruch, dass man ja in einer gewissen Gewichtsklasse antritt. Das heißt, man musste dieses Gewicht dann auch haben. Beziehungsweise hatte ich diesen Anspruch an mich selbst und habe in meiner Welt es auch so wahrgenommen, dass der Trainer und alle nicht so begeistert waren, wenn man dann drüber war, also über dem Gewicht. Und die dann alles umplanen mussten und so weiter. Also ich habe mich dann immer richtig schlecht gefühlt, wenn ich zugenommen hatte. Hatte das Gefühl, mich erklären zu müssen. Hatte das Gefühl, richtig verurteilt zu werden. Auch wenn das vielleicht eher in meiner Welt war als in der Realität. Aber es war ja meine Realität. Und je älter man dann wurde, desto wichtiger war es dann tatsächlich irgendwann wirklich, dass man seine Gewichtsklasse stabil hält. Weil man dann auch wirklich seine Gegner kannte und Technikanalysen gemacht hat und so weiter. Und wenn man dann plötzlich zugenommen hatte, dann war das so, man, ich muss wieder komplett von vorne anfangen. Deswegen war es schon so, dass ich einfach eine krasse Angst davor hatte, zuzunehmen. Einmal die wettkampfmäßigen Konsequenzen, also dass man da wieder vor Null steht. Aber auch so die Reaktion von außen und sich erklären zu müssen und ja, einfach dieses grundsätzliche Scheitern. Und demnach hat sich über die Jahre hinweg eine krasse Angst bei mir aufgebaut vor dem Zunehmen. Es war für mich einfach so das Todesurteil gefühlt. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich mich selbst natürlich sehr stark kontrolliert habe. Sowohl auf der Waage, als auch mein Essen. Ich probiert habe irgendwie dauernd weniger zu essen, als ich, als mein Körper wollte. Und das hat wieder zu Heißhungertacken geführt und so weiter. Also es war echt so, dass ich keine gesunde Beziehung zum Essen hatte. Dann war es irgendwann so, dass ich dann eine Sportverletzung hatte, einen Kreuzbandriss und eine lange Sportpause machen musste nach einer OP und so weiter. Ja, es war dann so Richtung Pubertät in dem Alter. Und da war dann weniger stark diese Kontrolle von außen, also dieses Gewicht machen müssen. Dafür kam aber dann die Komponente dazu, dass ich immer kritischer mit mir selbst wurde, so optisch. Gerade in der Pubertät haben viele ja so ein Körperbild, dem sie nacheifern. Und in meinem Fall war es so, dass es ein sehr schlankes Körperbild war, dem ich nachgeeifert habe. Und wieder war es also der Fall, dass zunehmend für mich irgendwie ein Scheitern war, weil ich mich dann ja von meinem Ziel, von dem Körperbild, das ich erreichen wollte, weiter weg bewegt habe. Also gab es einfach so mehrere Komponenten in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass zunehmend etwas super Negatives in meinem Kopf war und ich da eine extreme Angst vorentwickelt habe. Und diese Angst wiederum dazu geführt hat, dass ich Heißhungerattacken unter anderem entwickelt habe. Und dem Ganzen überhaupt bewusst zu werden, hat bei mir schon eine gute Weile gedauert. Also erstmal überhaupt, dass ich diese Angst vor dem Zunehmen habe und dass diese Angst vor dem Zunehmen dann auch noch durchaus mitverantwortlich an meinem nicht ganz so gesunden Essverhalten ist. Das hat ein bisschen gebraucht, aber irgendwann ist der Stein dann ins Rollen gekommen und ich habe es für mich verstehen können und habe dann auch wirklich sehr proaktiv daran gearbeitet. Also habe mich, ja klar, in dem Zeitraum auch sehr viel natürlich mit Ernährungspsychologie auseinandergesetzt und da viel für mich erkannt und habe es dann tatsächlich geschafft, aus dieser Angst rauszukommen, wodurch mein Essverhalten enorm viel befreiter wurde. Ich halt nicht mehr diese unkontrollierten Essattacken hatte oder zumindest sehr viel weniger. Ich das Essen wieder genießen konnte, angstfrei war und das auch über Jahre hinweg anhielt. Und jetzt allerdings, und deswegen halt auch wie gesagt, diese Dringlichkeit in meinen Augen für diese Folge, ist es bei mir so, dass ich gerade wieder diese Angst entwickle. Ich bin nämlich zur Zeit gerade schwanger und in der Schwangerschaft wird man sehr regelmäßig bei jedem Arztbesuch gewogen. Und man muss jeden Monat beziehungsweise inzwischen jetzt im fortgeschrittenen Stadion der Schwangerschaft alle zwei Wochen zum Arzt und man wird jedes Mal gewogen. Und das ist ja so mein absoluter Triggerpoint von früher. Und obwohl es bis jetzt noch keine Vorkommnisse gab in dem Sinne, dass mir der Arzt irgendwie gesagt hat, hey, Frau Neumann, Sie nehmen zu viel zu oder sowas, habe ich trotzdem wahnsinnige Angst davor. Also bisher ist meine Gewichtszunahme wirklich in dem Sinne, wie sie sein soll in der Schwangerschaft. Aber trotzdem mache ich mir jedes Mal vor jedem Arztbesuch eine Platte darüber, wie viel ich wiege. Also ich fange schon an, mich Tage vorher immer zu wiegen und schaue dann, okay, was werde ich denn wahrscheinlich in zwei Tagen wiegen. Wenn dann der Tag des Arzttermines ist, überlege ich mir dann auch, okay, frühstücke ich jetzt vorher oder nicht? Oder trinke ich vorher was? Weil trinken sollte man eigentlich natürlich einmal aus gesundheitlichen Gründen in der Schwangerschaft, dass man genug Wasser in sich hat. Aber man muss halt auch beim Arztbesuch immer eine Urinprobe abgeben. Und wenn da nichts rauskommt, ist es auch ein bisschen dumm. Das heißt, ich bin da immer so im Zwiespalt zwischen, okay, genug trinken, das ist für die Urinprobe reicht. Aber auch nicht zu viel, dass es nicht zu sehr auf der Waage einschlägt. Also es ist ein komplett dummer Gedankengang, vor allem weil ich schwanger bin oder noch ein Leben in mir trage. Und das tausend Millionen mal wichtiger ist als irgendeine Gewichtszunahme oder nicht. So und das merke ich jetzt irgendwie erst so nach und nach gerade wieder, dass das einfach eins zu eins die gleichen Muster sind wie damals. Und diese Muster wirklich durch Angst geprägt werden. Und ja, ich erwische mich auch dabei, wie ich jetzt immer stärker probiere, meine Essenszufuhr zu kontrollieren. Dass ich sage, okay, ja, ich weiß, ich soll, klar, genug essen, damit das Kind versorgt, das sind alles und Nährstoffe bekommt. Aber ich sollte auch nicht zu viel essen. Und wiege mich einfach unglaublich regelmäßig, viel regelmäßiger, als ich es zuvor jemals getan hatte. Nach der Julo-Zeit wohlgemerkt. Und ja, habe auch schon feststellen können, dass ich die eine oder andere Essattacke hatte. Dass ich vollkommen ohne Hunger gegessen habe. Das irgendwie dann auch so ein bisschen verheimlicht habe. Also so komplett die gleichen Muster wie früher. Und das war gerade so, wow, so ein richtiger Augenöffner, als ich das für mich gescheckt und realisiert habe. Und deswegen liegt es mir so sehr am Herzen, heute über diese Folge zu sprechen. Weil ich einfach diesen Kontrast nun mehrmals durchgelebt habe zwischen, okay, ich habe Angst vor dem Zunehmen. Oder ich bin voll fein damit und im Frieden. Und was das auch für einen erheblichen Unterschied, wie gesagt, aufs Essverhalten hat. Und deswegen geht es heute darum in dieser Folge. Und am Anfang möchte ich mit euch jetzt erstmal so ein bisschen über das Thema Angst an sich sprechen. Warum haben wir eigentlich Angst? Warum ist Angst vielleicht sogar sinnvoll? Also so allgemeiner gefasst. Da möchte ich aber auch gucken, wie wirkt sich Angst aufs Essverhalten aus und warum. Und zu guter Letzt möchte ich euch natürlich auch noch so ein paar Strategien mit an die Hand geben, wie man mit Angst oder mit der Angst vor dem Zunehmen umgehen kann. Um da so ein bisschen rauszukommen, um einfach wieder Frieden mit sich und seinem Essverhalten schließen zu können. Wenn das also spannend klingt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Vorher möchte ich aber gerne den Moment noch kurz nutzen, um meine Sponsoren der heutigen Folge vorzustellen. Und das ist heute nämlich wieder Your Super. Und Your Super bietet Superfood-Mixe, pflanzliche Proteinpulver und Snackriegel aus 100% natürlich getrockneten Superfoods in höchster Bio-Qualität an. Und heute möchte ich gerne einen dieser Superfood-Mixe so ein bisschen hervorheben. Und zwar ist es der Mix Moon Balance. Denn dieser Superfood-Mix unterstützt den Körper dabei, die eigenen Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ein super wichtiges Thema, auch für mich persönlich, denn ich habe schon mal eine Folge, die schon etwas älter ist. Das ist die Folge Nummer 43 mit dem Titel, warum ich so schnell zunehme. Da habe ich erzählt, dass ich das polizistische Ovar-Syndrom habe, was ja ein Hormonungleichgewicht ist, was auch unter anderem zur Unfruchtbarkeit führen kann. Toi, 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 war das bei mir jetzt nicht der Fall. Und da weiß man heute, dass man da auch einiges mit der Ernährung machen kann. Denn es gibt bestimmte Superfoods, also Superfoods sind so pflanzliche Lebensmittel, die besonders nährstoffreich sind und den Körper toll versorgen mit Vitaminen und Mineralien. Und da gibt es auch Superfoods, die einen Einfluss haben aufs Hormongleichgewicht, unter anderem zum Beispiel Maca. Und dieses Maca ist auch in dem Superfood-Mix Moon Balance enthalten. Und deshalb finde ich es einfach so super wertvoll, wenn man das Wissen rund um die Ernährung ausnutzt, um den Körper dahingehend zu unterstützen. Und die Produkte bei YourSuper sind, by the way, auch alle mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt worden. Daneben finde ich es auch nochmal super spannend zu erwähnen, dass YourSuper mit einer 100% transparenten Lieferkette arbeitet. Das heißt, sie beziehen ihre Zutaten direkt vom Landwirt und besuchen den Landwirten auch noch, um zu schauen, wie die Superfoods, die dann in den Produkten verarbeitet werden, angebaut werden. Wenn das alles für euch spannend klingt, dann schaut doch gerne mal in meinen Shownotes vorbei. Dort findet ihr nämlich einen direkten Link zu YourSuper und guckt euch gerne um, was die alles anbieten. Wie gesagt, große Empfehlung, wenn ihr mit Hormondisbalancen zu kämpfen habt, was ja unter anderem auch als PMS sich bemerkbar machen kann, dann setzt euch super gerne mal mit dem Superfood-Mix Moon Balance auseinander. Es kommt als Pulver und man nimmt täglich einfach ein bis zwei Löffel und es lässt sich wunderbar im Müsli, im Joghurt oder auch im Smoothie verarbeiten. Aber sie haben auch wunderbar viele andere tolle Produkte auf der Website, deswegen schaut da gerne vorbei. Die sind übrigens alle ohne Füllstoffe, Süßungsmittel und ohne Konservierungsstoffe und dabei auch 100% vegan und glutenfrei. Einen direkten Link zur Website von YourSuper findet ihr bei mir in den Shownotes. Und mit dem Rabattcode Ernährung15, alles groß geschrieben und Ernährung nicht mit Ä geschrieben, sondern mit A-E, erhaltet ihr auch noch 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf die Abos. Schlagt also gerne zu, alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Kleiner Gedankenswitch, kommen wir wieder zurück zu dem Thema der heutigen Folge und zwar der Angst vor dem Zunehmen. Und ich bin ein Mensch, ich ticke so, ich muss Dinge begreifen, bevor ich sich verändere. Das heißt also, wenn beispielsweise, wie heute jetzt das Thema ist, es besteht eine Angst, dann muss ich auch verstehen, warum diese Angst überhaupt besteht, warum mein Körper so funktioniert und was mir diese Angst vielleicht sogar bringt, erst dann kann ich das alles irgendwie greifen und verändern. Deswegen gehe ich die Themen auch immer so an, dass ich auch so ein bisschen Theoriewissen dahinter gebe und ja, fange deshalb jetzt auch erstmal mit einer ganz simplen Definition des Themas Angst an. Das heißt, ich möchte euch so ein bisschen greifbarer machen, was ist Angst eigentlich und was bringt sie uns? Auch in unserem Fall spricht der Angst vor dem Zunehmen. Angst lässt sich erstmal als ein emotionaler Zustand kennzeichnen durch Anspannung, Besorgtheit, innere Unruhe, Furcht vor zukünftigen Ereignissen und Auslöser können erwartete Bedrohungen der körperlichen Unversehrtheit sein, der Selbstachtung oder des Selbstbildes. So, das ist jetzt erstmal eine Definition, die ich online einfach so gefunden habe. Das heißt aber im Prinzip, dass Angst so eine innere Anspannung ist, weil wir etwas in Zukunft befürchten, weil wir erwarten, dass irgendetwas eintritt, was uns schaden könnte. Und das kann natürlich eine Gefahr sein in Form von, weiß ich nicht, einem gefährlichen Tier oder sowas, das uns angreift. Aber es kann auch halt eine Gefahr sein, die eher in unserem Kopf entsteht. Wie zum Beispiel, oh Gott, wenn ich zunehme, erfahre ich Ablehnung. Das ist eine Angst, die nicht weniger relevant ist. Deshalb reagieren wir mit dieser inneren Anspannung, weil wir befürchten, dass in Zukunft etwas auftreten wird, was eher negativ für uns ist, also eine potenzielle Gefahr, sag ich mal. Und dass wir in diesen potenziellen Gefahrensituationen ängstlich reagieren, sprich angespannt sind, hat auch durchaus seinen Grund, also zumindest evolutionsgeschichtlich gesehen. Denn Angst ist im Prinzip nichts anderes als ein Schutz bzw. ein Überlebensmechanismus. Denn durch Angst werden Sinne geschärft. Und durch diese Schärfung der Sinne werden wir einfach auf eine vermeintliche Gefahrensituation perfekt vorbereitet. Weil auch der Körper durch diese Anspannung reagiert, also nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Die Pupillen weiten sich, wodurch der Sehnerv empfindlicher wird. Die Herzfrequenz und der Blutdruck wird erhöht. Blasen, Darm und Magentätigkeit werden gehemmt. Und die Energiebereitstellung in den Muskeln wird aktiviert. Das heißt also, alles wird so ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir nun in einer Gefahrensituation bereit wären, zu fokussieren, alles wahrzunehmen, aber auch mögliche Energiereserven unseren Körper zu mobilisieren, um halt zu agieren, um möglicherweise wegzulaufen oder zu kämpfen. Also der ganze Körper ist darauf ausgerichtet, der potenziellen Gefahr gewappnet zu sein. Und das hat mir persönlich erstmal dabei geholfen, diese Angst annehmen zu können. Jetzt nicht mich immer nur noch runterzubuttern und zu sagen, ey, du bist zu ängstlich und jetzt machst du dir noch eine Platte und machst den Kopf darum, ob du jetzt zunimmst oder nicht. Hey, nee, es ist einfach ein natürlicher Mechanismus des Körpers und hat seinen Zweck und ist sogar positiv eigentlich. Es darf ruhig da sein, also dass man das erstmal für sich überhaupt annimmt. Und das finde ich persönlich wichtig. So, jetzt ist es aber auch noch wichtig oder nicht weniger wichtiger, im nächsten Schritt zu schauen, wie diese Angst nun eigentlich unser Essverhalten beeinflusst. Das ist da auch von Vorteil oder nicht? Denn dann kann man wirklich, wenn man das begreift, dieses Zusammenspiel, wirklich aktiv daran arbeiten, weil man weiß, welche Hebel man gegebenenfalls in Bewegung setzen müsste. Und da sind mir jetzt schwerpunktmäßig so zwei Punkte aufgefallen, wie diese Angst vor dem Zunehmen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten nimmt. Und Punkt Nummer eins ist, dass man durch diese Angst vor dem Zunehmen die ganze Zeit darüber nachdenkt. Ich habe ja gerade schon gesagt, Angst sorgt dafür, dass auch die Sinne geschärft werden, wir den Fokus auf die Sache richten, die uns Angst macht, damit wir halt wirklich da sehr, sehr konzentriert drauf sind und im Falle der Bedrohung sofort agieren können. Deswegen sind wir darauf komplett fokussiert. Und in dem Fall sind wir komplett darauf fokussiert, aufs Thema Abnehmen, Essen, Ernährung nachzudenken. Das heißt, die Gedanken drehen sich 24-7 um dieses Thema. Und das merke ich bei mir gerade so extrem. Also vor der Schwangerschaft, bevor das irgendwie wieder ein Thema wurde, dass ich Angst vor dem Zunehmen habe, war es bei mir so, dass ich mein Leben gelebt habe, irgendwie über alles Mögliche nachgedacht habe. Und erst dann, wenn mein Körper sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich habe Hunger, dann habe ich was gegessen und danach war wieder gut. Und jetzt gerade merke ich, dass ich einfach ständig darüber nachdenke, dass ich morgens frühstücke und, keine Ahnung, mitzähle, wie viele Scheiben Brot ich esse. Und abhängig davon, ob es jetzt viele oder wenige Scheiben sind, entscheide ich dann, wann ich die nächste Mahlzeit zu mir nehmen darf und wie viel Uhr, was es ist, wie viel es ist. Also es ist alles unglaublich kontrolliert. Und ich bin weit weg davon, irgendwie befreit zu essen. Also die Gedanken sind 24-7 bei diesem Thema. Und dadurch, weil ich mich damit so verrückt mache und mich auch verurteile dafür, dass ich so viel darüber nachdenke, fange ich an, mich kontrollieren zu wollen. Einmal auf der Waage, aber auch im Essverhalten. Da habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich halt abhängig von dem, was ich gegessen habe, es mache, was ich als nächstes esse. Und das sollte einfach nicht der Fall sein. Und wenn ich dann doch mal zu viel in meiner Wahrnehmung esse, dann probiere ich anschließend weniger zu essen, mich zu kontrollieren. Und da gerät man ganz schnell in diesen Diätkreislauf rein. Und man macht sich auch Verbote. Man sagt, okay, ab so viel Uhr darf ich nichts mehr essen. Und das habe ich ja auch schon mal häufiger thematisiert, dass Verbote oder selbstauferlegte Regeln dazu führen, dass wir in diesen inneren Widerstand gehen. Nennt sich auch Reaktanz. Es gibt in der Psychologie die sogenannte Reaktanztheorie, dass wenn man etwas nicht darf, es dann erst recht haben möchte. Und das ist ein Mechanismus, der ganz häufig greift, wenn man in diesem Diätdenken drin ist. Dass wenn man sich selbst Dinge verbietet, man das eine Zeit lang einhält, aber dann irgendwann platzt und alles nachholt. Also wenn man sich selbst sagt, ich darf jetzt nur noch zwei Scheiben Brot am Frühstückstisch essen, dann schafft man es, paar Tage einzuhalten. Und irgendwann isst man dann aber sechs. Einfach, weil es muss jetzt raus. Und du isst nicht sechs, weil du so viel Hunger hast, sondern du isst sechs, weil du gefühlt das nachholen möchtest, was du dir vorher verboten hast. Und das ist halt einfach dieser Kreislauf, in den man ganz schnell reinkommt, wenn man Angst vorm Zunehmen hat. Man fängt an, sich selbst zu kontrollieren, sich zu restriktieren. Und dadurch entstehen Heißhungertacken. Der zweite Punkt, der dafür verantwortlich ist, dass Angst unser Essverhalten beeinflusst, liegt darin, dass wir durch Angst verdammt unachtsam werden. Also ein großer Punkt, der mein Ernährungsverhalten maßgeblich zum Positiven verändert hat, den ich ja auch häufig anpriese, ist das achtsame Essen, dass wir fokussiert beim Essen bei uns sind, uns allein aufs Essen konzentrieren, das heißt keine Ablenkung, damit wir wirklich unsere körperlichen Signale auch wahrnehmen. Wahrnehmen, wann wir satt sind, das Essen wieder genießen können und nicht immer nur kopfgesteuert essen, von wegen, oh, ich darf so eine große Portionsgröße essen, sondern uns davon wegbewegen, äußere Regeln uns aufzulegen und stattdessen auf unseren Körper wieder hören. Aber dafür müssen wir einfach verdammt achtsam sein, damit wir diese körperlichen Signale, die ja durch Hormone gesteuert werden, wahrnehmen. Wenn wir jetzt aber allerdings die ganze Zeit in der Angst sind, fällt es uns unglaublich schwer, achtsam zu sein. Warum? Einmal, weil, wie wir eben schon gesagt haben, liegt der komplette Fokus ja bei der Sache, die uns Angst macht. Das heißt bei dem Thema Zunehmen, Abnehmen, wie auch immer, Ernährung. Und dadurch haben wir gar nicht mehr so diese Kapazität, uns aufs Essen, unsere körperlichen Signale zu fokussieren. Und neben dieser mentalen Ablenkung kommt ja auch noch dazu, dass der Körper ja auch noch komplett damit beschäftigt ist, sich auf diese vermeintliche Gefahrensituation vorzubereiten. Ich habe ja gerade schon so ein paar Beispiele erwähnt, dass die Energiebereitstellung in den Muskeln losgeht, die Herzfrequenz erhöht ist, der Blutdruck, die Pupillen sich weiten. Das heißt, der Körper ist auch gerade komplett beschäftigt damit, sich auf diese Angstsituation, Gefahrensituation vorzubereiten. Und somit haben wir weder körperlich noch mental irgendwie die Kapazität, achtsam und bewusst zu essen. Und dadurch nehmen wir auch weniger wahr, wann wir eigentlich hungrig sind, wann wir satt sind und wie viel wir brauchen. Sprich, wir verlieren auch so das Vertrauen in unseren Körper, weil der Körper mit uns gefühlt nicht mehr kommuniziert. Und dadurch brauchen wir nochmals, gefühlt zumindest, diese äußere Kontrolle, dass wir uns von außen hin entscheiden, dahingehend, wie viel wir essen, wann wir essen, was wir essen, anstatt auf unseren Körper zu hören. Und diese Kombination aus den zwei genannten Punkten, also erstens diese ständigen Gedanken 24-7 rund um das Thema Zunehmen, Ernährung und so weiter, plus die daraus resultierende Unachtsamkeit, das beides sorgt dafür, dass die Angst einfach maßgeblich unser Ernährungsverhalten beeinflusst, und zwar dahingehend, dass wir tendenziell eher sehr restriktiv sind, wodurch sehr häufig Heißhungerattacken entstehen. Und ja, an diesem Punkt würde ich sagen, gestehe ich jetzt irgendwie. Ich habe für mich selbst erkannt, ja, es ist die Angst vor dem Zunehmen, die mich gerade dahingehend verleitet, so zu essen, wie ich esse. Und ja, ich weiß jetzt auch, was hinter dieser Angst steckt und dass diese Angst auch nicht zwingend eigentlich schlecht ist, nur in diesem Kontext nicht wirklich weiterbringt ist. Und ich glaube, viele von euch, die die Folge gerade anhören und sich damit identifizieren können, stecken am gleichen Punkt, dass sie sich feststellen, ja, es ist eine gewisse Angst da, aber wie gehe ich jetzt damit um? Und da habe ich euch jetzt drei Schritte nochmal rausgeschrieben, die mir damals schon geholfen haben. Wie gesagt, nach meiner ganzen Judo-Geschichte steckte ich ja auch sehr tief in diese Angst vor dem Zunehmen, konnte mich davon aber wirklich sehr gut befreien, sodass ich einfach wieder mit Leichtigkeit essen konnte, dass ich meinem Körper vertraut habe, dass ich die Kontrolle ablegen konnte und, und, und. Und da will ich jetzt sehr gerne wieder hinkommen und meine restliche Schwangerschaft befreiter essen können und möchte euch dabei natürlich auch helfen. Deswegen teile ich jetzt gerne nochmal die drei Schritte, die mir damals geholfen haben und ich auch recht zuversichtlich bin, nachdem diese Erkenntnis jetzt bei mir da ist, der Ursache für mein Verhalten, dass, wenn ich jetzt diese Strategien anwende, ich da auch wieder hinkomme. Der erste Schritt ist es, den Trigger zu analysieren oder zu identifizieren. Und was meine ich mit Trigger? Also im Prinzip gibt es meist hinter jeder Angst eine Sache, die dazu führt, dass man so ängstlich wird. Und bei mir war es ganz eindeutig, dieses Thema wiegen, von einer anderen Person kontrolliert zu werden. Das war damals beim Judo der Fall und ist jetzt in der Schwangerschaft durch den Arzt der Fall. Das ist so mein Trigger, dass ich von einer anderen Person gewogen werde, kontrolliert werde und ich einfach, ja, die Angst habe, dieser Person nicht das Ergebnis liefern zu können, was diese Person gerne sehen möchte, was natürlich völliger Schwachsinn ist, aber egal. Das ist so mein Triggerpoint. Und hinter fast jeder Angst steckt irgendwie so ein Triggerpoint. Und deswegen schaut mal, was das bei euch ist. Ist es irgendwie auch so etwas wie das Wiegen? Es kann natürlich auch das Wiegen für einen selbst sein, wenn man merkt, hey, das triggert mich total. Es können aber auch Personen sein, vielleicht Personen, bei denen du glaubst oder sie vielleicht das sogar auch schon mal angedeutet haben, dass diese Personen bestimmte Erwartungen haben an dich, an deine Figur, an dein Essverhalten. Jemand, der von dir erwartet, dass du beispielsweise abnimmst oder dein Gewicht hältst und dann hast du Angst zuzunehmen. Gibt es da so eine Person oder gibt es selbst auferlegte Ziele? Die können auch extrem triggernd sein, wenn man sich selbst vornimmt, ich möchte bis zum Punkt X das und das erreichen, 10 Kilo abnehmen, mein Gewicht halten, wie auch immer. Dann kann das auch ein absoluter Trigger sein, wenn man so streng mit sich selbst ist, aber eigentlich diese Strenge gerade gar nicht abkann. Also schaut mal in euch rein, was triggert eure Angst? Sind es Personen? Sind es irgendwelche Ziele? Sind es Örtlichkeiten? Sind es anstehende Events? Also es kann ganz, ganz, ganz viel sein. Und schaut mal, was das ist, was dahinter stecken könnte und gegebenenfalls hilft allein die Erkenntnis schon oder vielleicht kann man auch diesen Triggerpoint irgendwie umgehen, dass man, wenn es eine Person ist, die einen triggert, dass man sich von dieser Person löst, die Beziehung eher so ein bisschen kippt, auf Abstand geht, weil man merkt, das tut er nicht gut. So als Beispiel. Also Trigger identifizieren und gucken, kann man diesen Trigger irgendwie für sich auflösen? Im nächsten Schritt ist es richtig doll hilfreich und dieser Punkt hilft mir wirklich sehr, sehr krass doll, seine Angst zu benennen. Denn meist ist Angst irgendwie so ein diffuses Gefühl, man befürchtet irgendwas, aber man benennt diese Angst selten. Man sagt, ja, ich habe Angst vorm Zunehmen, aber warum? Was wäre denn das Worst-Case-Szenario, was eigentlich eintreten könnte, wenn du zunimmst? Bei meinem Beispiel, ich steige auf die Waage beim Arzt und der Arzt hält sich die Hände an den Kopf und sagt, oh Gott, Frau Neumann, Sie haben mir so viel zugenommen, das sprengt ja jeglichen Rahmen. Wir müssen da was machen. So, dann ist das wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario. Dann werde ich wahrscheinlich ein Gespräch haben mit meinem Arzt zum Thema Ernährung. Er wird mich dahingehend aufklären, was ich vielleicht anders machen könnte, sollte, warum, weil das vielleicht irgendwie auch schädlich für mein heranwachsendes Kind sein könnte und so weiter. Also wahrscheinlich wäre das schlimmste Ergebnis, was eintreffen könnte, dass ich einfach ein belehrendes Gespräch mit meinem Arzt habe und ich dann aufgrund dessen vielleicht dann wirklich nochmal was verändere, weil ich merke, hey, es ist gerade wirklich relevant, dass ich was tue. So, natürlich wäre dieses Gespräch für mich irgendwie unangenehm, weil ich würde mich fühlen, als wenn ich scheitere. Aber das ist so ein falscher Stolz. Das heißt also, malt euch euer Worst-Case-Szenario mal aus oder wenn es, wie gesagt, eine Person ist, die euch triggert, weil ihr das Gefühl habt, diese Person enttäuschen zu können oder dass diese Person euch nicht mehr will, dass sie euch ablehnt, wenn ihr zunehmt, dann spinnt da mal weiter und denkt mal weiter darüber nach, okay, es könnte wirklich sein, dass diese Person so oberflächlich, sag ich mal, ist und sagt, hey, du hast dir jetzt 10 Kilo zugenommen, das ist nicht mehr das, was ich haben möchte, ich trenne mich jetzt von dir, dann wäre das in dem Moment unglaublich schade, aber auf der anderen Seite würdest du dich von jemandem trennen, der verdammt oberflächlich ist und vielleicht Werte hat, die, ja, vielleicht gar nicht so passend für dich sind und daraufhin wärst du wieder frei auf dem Markt und würdest vielleicht jemanden kennenlernen, der viel passendere und schönere Werte für dich hat. Also traut euch mal wirklich in dieses Worst-Case-Szenario reinzugehen, vor dem ihr so unglaubliche Angst habt und wenn ihr euch mit diesem schlimmsten Fall, der eintreten kann, anfreundet, dann verschwindet auch die Angst, denn dann braucht ihr keine Angst mehr haben, weil ihr seid im Frieden damit, ihr seid okay damit und das ist für mich mindblowing gewesen, das hat so viel in mir aufgelöst und mir so viel Angst genommen, dass ich danach einfach sehr viel befreiter war. Also traut euch einmal diesen Gedanken zu Ende zu denken und ich bin mir sicher, dass ich euch das auch sehr viel Angst nehmen kann. Und im dritten Schritt, nachdem man jetzt seinen Trigger identifiziert hat und sich mit seinem Worst-Case-Szenario angefreundet hat, ist es enorm hilfreich, mit Vertrauen an Dinge anzugehen. Das hört sich jetzt ein bisschen blabla an, muss ich sagen, aber für mich ist einfach Vertrauen das Gegenteil von Angst. Und selbst wenn ich dann am Frühstückstisch sitze und ich das Gefühl habe, oh, ich will gerade nicht nur zwei Scheiben Brot essen, sondern heute vier oder fünf, dann vertraue ich einfach darin, dass mein Körper das gerade braucht. Anstatt wieder Angst zu haben, oh Gott, ich nehme mir ja zu, wenn ich so und so viel esse. Sondern hey, bleibt ruhig, erlaubt es eurem Körper. Dadurch habt ihr einfach diese Achtsamkeit. Weil, wie gesagt, Angst hemmt Achtsamkeit. Wir können nicht achtsam sein in dem Moment. Und wenn wir uns vertrauen, dann können wir das sehr wohl. Das heißt, ich gebe meinem Körper dann einfach die vier Scheiben, fünf Scheiben Brot, was auch immer er will, und vertraue darauf, dass er das gerade braucht. Und dann werde ich im Nachhinein vielleicht merken, ja, das hat er gerade wirklich gebraucht. Oder vielleicht auch, hey, das war gerade ein bisschen viel, aber gut, lerne ich draus. Und beim nächsten Mal kann ich dann schon wieder ein Stück intuitiver mit mir zusammenarbeiten, meine körperlichen Signale wieder besser wahrnehmen und mich dem Ganzen wieder annähern. Das heißt also wirklich solchen Situationen nicht mit Angst begegnen, sondern darauf vertrauen, dass der Körper dir schon mitteilen wird, was er braucht. Und das sind im Prinzip die drei Schritte, die mich damals aus dieser Angst herausgeholt haben und wo ich mir auch sicher bin, dass sie es auch heute machen werden. Wichtig ist natürlich erst mal die komplette Grundvoraussetzung, dass man erkennt, dass die Angst vor dem Zunehmen dein Essverhalten gerade steuert und dich beschäftigt. Also das ist natürlich erst mal die Grundvoraussetzung, aber dafür hoffe ich, war die Podcast-Folge heute auch gut, dass man dafür sensibilisiert wird. Und wenn man das für sich erkannt hat, dann diese drei Schritte, Trigger identifizieren, Angst benennen, beziehungsweise Worst-Case-Szenario, mal beschreiben und sich damit anfreunden und dann in sich selbst vertrauen, statt Angst zu haben. Weil wo Vertrauen ist, kann keine Angst sein. Und das ist das, was ich dir sehr, sehr gerne mitgeben wollen würde. Auch hier ist es natürlich so, es funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, es darf ein bisschen dauern. Aber das finde ich halt irgendwie auch immer so das Interessante an der Ernährung, dass man sich dabei kennenlernt, wenn man sich mit seinem eigenen Ernährungsverhalten auseinandersetzt. Und das ist auch nicht schwarz-weiß von wegen, hey, ich habe jetzt eine Erkenntnis und es ist morgen aufgelöst, sondern nein. Du entwickelst dich weiter, du hast neue Herausforderungen in deinem Leben und dementsprechend auch neue Herausforderungen in deinem Ernährungsverhalten. Wie bei mir jetzt auch. Ich bin in einer komplett neuen Situation mit meiner Schwangerschaft und plötzlich kommen Muster hervor, die mich vor, ich weiß nicht, acht, sieben, acht Jahren oder sowas beschäftigt haben. Und ich finde es einfach super spannend, diese Herausforderungen anzunehmen, sich selbst zu beobachten, zu analysieren und zu schauen, wie komme ich da wieder raus. Deswegen soll das eher so eine Einladung sein, experimentiere mit dir rum. Nimm das Ganze nicht so als Leidensthema an. Oh Gott, meine Ernährung ist so Katastrophe und ich schaffe nichts und ich bin so undiszipliniert, sondern nimm das irgendwie so ein bisschen als Möglichkeit, dich selbst besser kennenzulernen und rumzuexperimentieren. Das möchte ich dir einfach nochmal mitgeben, so ein bisschen mehr Leichtigkeit mit dem Thema Ernährung. Und ja, hoffe, dass dieser Impuls der heutigen Folge dir so ein bisschen helfen konnte. Wenn du generell aber tiefer noch ins Thema Ernährungspsychologie einsteigen möchtest und sagst, ich möchte grundsätzlich daran arbeiten, mein Ernährungsverhalten zu verstehen, nicht nur in Bezug auf die Angst vom Zunehmen, sondern da gibt es noch andere Baustellen, die ich vielleicht gar nicht so ganz greifen kann und ich möchte endlich wieder befreit essen, dann schau gerne mal vorbei bei meinem Online-Kurs. Den findest du unter www.bastian-neumann.de slash Kurs. Verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Dort habe ich einen Online-Kurs erstellt, bei dem es einfach genau darum geht, wie man es schafft, sein eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen, um dann wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen zu können. Also ich freue mich über jeden, den ich da begleiten darf, den ich dort kennenlernen darf und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge.